Liebe Studenten von SE1, willkommen bei dem SU über Interaktionsmodellierung. Wir kümmern uns heute vorrangig um Sequenzdiagramme. Was genau machen wir? Wie schon gesagt. Wir kümmern uns um Sequenzdiagramme und als solches besprechen wir erstmal die Notation und natürlich auch die Semantik. Also was steht da dahinter? Was bedeutet das? Es gibt dazu eine Übung, die wie immer ich Ihnen nahelege zu machen. Es ist ein Arbeitsbogen, wo Sie seinem Text alle Informationen ableiten sollen, um ein Sequenzdiagramm zu zeichnen und wie immer können Sie sich auch mit der Musterlösung kontrollieren. Lernziele für heute trivial? Verstehen Sie Sequenzdiagramme. Sie müssen sie anwenden können. Das heißt in der Klausur kann ich Ihnen zum Beispiel ähnlich wie im Arbeitsbogen einen Text geben und der beschreibt Ihnen etwas und ich sage nun zeichnen Sie mir ein Sequenzdiagramm dazu. Ich kann Sie auch Sachen abfragen von Sequenzdiagrammen, was das eine oder andere Feature bedeutet oder ich kann Ihnen ein Sequenzdiagramm zeigen, wo Dinge fehlen und Sie darum bitten, es zu ergänzen. Das sind zum Beispiel Sachen, wenn Sie es verstanden haben und anwenden können, die so typische Aufgaben wären. So, fangen wir an. Der Abschnitt über Sequenzdiagramme. Die SU heute ist gar nicht so lang. Dadurch, dass dieser Übungsteil sozusagen gar nicht im Unterricht stattfindet, ist das Video dazu recht kurz gehalten. Werden Sie sehen, 20 Folien oder so. Also, was sind Sequenzdiagramme? Das sind UML-Diagramme, die beschreiben eine Interaktion zwischen sogenannten Connectable Elements, Klassen beispielsweise oder noch viel wesentlicher Instanzen, Objekten. Und dass es Objekte sind, hier ist einfach mal so ein Beispiel davon auf der rechten Seite dort. Und dass es Objekte sind, das wissen Sie ja, da müssen Sie nur hier oben hingucken und dann sehen Sie einen Doppelpunkt und etwas Unterstrichenes. Das heißt, was Sie hier haben, ist eine anonyme Instanz. Die ist anonym, weil sonst hier ein Name stehen würde. Und sie ist vom Typ A. Und das rechts ist eine anonyme Instanz vom Typ B. Okay. Also, was man damit normalerweise macht, ist auf Instanzebene den Austausch von Informationen zwischen Dingen zu regeln. Sie können dort zum Beispiel auch Instanzen von Akteuren hinzeichnen. Hans und Fritz reden miteinander. So was ist auch abbildbar. Und wie Sie sich bestimmt erinnern, ist Objektorientierung sind das System, sind das Graphen von Systemen, also Mengen von Objekten, die miteinander reden. Das heißt, sie tauschen Informationen aus und die Art, wie Sie über Zeit diese Informationen austauschen, kann man mit Sequenzdiagrammen ausdrücken. Das heißt, die haben einen Zeitbegriff. Der ist nämlich ganz einfach. So. Das heißt, alles, was weiter oben auf seinem Diagramm ist, ist früher und alles, was weiter unten ist, ist später. Ja. Das ist der Zeitbegriff. Und das ist wichtig für die Reihenfolge dieser Pfeile, die Sie da sehen. Nämlich Pfeile, die weiter unten sind, kommen später als die Pfeile, die weiter oben sind. Und die Pfeile in diesem Diagramm stehen immer für den Austausch von Informationen. Das sind dann konkret Nachrichten, Signale, Events, also Ereignisse oder vielleicht das wichtigste, Aufrufe. Also, erinnern Sie sich? Nachrichtenaustausch in der Objektorientierung heißt oft Methodenaufruf. Und hier sieht man sozusagen, dass das Objekt von der Instanz, also die Instanz von Typ A, irgendwas auf einer Instanz von Typ B aufruft. Und dann gibt es so einen gestrichelten Rückwärtspfeil und der heißt Return. Das heißt, was Sie hier sehen, ist letztendlich ein Methodenaufruf. Also, die Methode sozusagen ist dieses Stück, was irgendeine Methode ist, die die Klasse B anbietet. Und der Pfeil oben ist der Aufruf und der Pfeil unten ist das Return. Und danach kommt halt noch einer. Naja, also kann man alle möglichen Aufrufreienfolgen abbilden zwischen Mengen von Objekten. Das heißt, diese Arten von Diagrammen eignen sich zur Erfassung von Kommunikationsvorgängen, sowohl innerhalb des Systems, also wie hier beispielsweise, zwei Klassen, die irgendwie zu ihrem System gehören oder Objekte von diesen Klassen, die miteinander reden, als auch als Interaktion mit dem System. Sie könnten jetzt daneben hier zum Beispiel so einen Actor haben, ne? Und der könnte dann auch irgendwas machen. Das heißt, Sie können genauso modellieren, wie geht eine Benutzerin, Benutzer mit dem System um. Sie können auch modellieren, wie geht ein Fremdsystem mit dem System um. Ja, also entweder modellieren Sie Interaktion an der Systemgrenze oder Sie modellieren Interaktion innerhalb des Systems. Und dabei ist es viel präziser als beispielsweise Anwendungsfälle. Anwendungsfälle haben keinen Zeitbegriff. Das hat einen Zeitbegriff ganz stark implizit. Dieser Zeitbegriff, der spielt hier eine zentrale Rolle. Und die Sequenzdiagramme sind relativ alt, also relativ. Es gibt die, also der Vorgänger davon oder die erste Art dieser Diagramme heißen MSCs, Message Sequence Charts. Und die sind erfunden worden, um Protokolle zu beschreiben. Und zwar im Rahmen 92, da, ich weiß nicht, ob Ihnen das so zeitlich vom Ablauf gegenwärtig ist, das ist ungefähr die Zeit, wo Mobilfunk in die Welt tritt. Also Anfang der 90er gibt es die ersten Entwicklungen, die D-Netze, die aufgebaut werden. Es gab natürlich Autotelefone, C-Netze und so vorher. Aber die grundsätzlich, die Netze, die wir heute haben, die wurden Anfang der 90er aufgebaut. Und die ITUT, die steht hier, das ist ein Standardisierungsgremien, das ist die Internationale Telekommunikationsunion. Das ist eine ganz wichtige Standardisierungsorganisation für Telefonie. Haben Sie vielleicht noch nie gehört, weil, weiß ich nicht, das IEEE oder das W3C oder so sind Organisationen, die Ihnen näher stehen. Das mag sein, weil sie so Internetorganisationen sind. Aber das ist eine, die gibt es schon ewig lange. Zum Beispiel, die ist einfach aus der Not herausgeboren oder aus dem Drang herausgeboren, dass man Telefonsysteme zusammenschalten wollte. Also denken Sie zum Beispiel an transatlantische Unterseekabel, also die Möglichkeit, nach Amerika zu telefonieren, beispielsweise. Da musste man sich ja einigen, wir sehen die Stecker aus. Wie wird ein Anruf überhaupt von Europa nach Amerika oder umgedreht geschaltet? Und da gab es einfach Bedarf nach Standardisierung. Und diese Standardisierungsgremien, das ITUT ist eben das Zentrale für die Telefonie. Telefonie, die sind eben hervorgegangen aus diesen Bestrebungen. Und die sind ziemlich alt. Also das sind relativ alte Standardisierungsgremien. Und die sind eigentlich auch der Vorläufer für alles, was wir so mit technischen Standards haben, weil eben Telefonie alt ist. Also Telefonie ist über 100 Jahre alt. Und naja, da ist es einfach so, dass die Standardisierung eben schon sehr viel früher einsetzt. Also 1992 erst mal die standardisiert, die Message-Sequence-Charts, diese Notation. Eine Notation, die ähnlich aussieht wie Sequenzdiagramme. Und die wird bis zum heutigen Tag benutzt in Protokollen. Also beispielsweise, wenn Sie sich mal angucken, noch so ein Standardisierungsgremium, 3GPP. Das ist so eine Arbeitsorganisation, die sich damit beschäftigt, wie moderne Handy-Standards gemacht werden. Also 5G zum Beispiel, der Nachfolger von 4G. Also sozusagen das, was den Chip in Ihrem Gehirn kontrolliert. Genau. Also in Charts, die aktuelle Variante sozusagen von Mobilfunkstandards, die wird mittels von Message-Sequence-Charts gemacht. Natürlich. Also alle Protokolle, weil man so eine Möglichkeit braucht, Nachrichtenaustausch über Zeit auszudrücken. Alle diese Protokolle benutzen MSCs oder etwas Ähnliches. Und UML-Sequenzdiagramme sind eben auch nur eine Geschmacksrichtung. Ich würde jetzt gerne einzeln an den Features langgehen, die diese Sequenzdiagramme heißen die. Also MSCs, wie gesagt, sind die Geschwister sozusagen. Oder die, ich weiß nicht, die Großeltern von Sequenzdiagrammen. Wir reden jetzt grundsätzlich um UML-Sequenzdiagramme, auch wenn die sehr austauschbar sind. UML-Sequenzdiagramme haben sogenannte Lebenslinien. Lebenslinien sind diese hier rechts, diese gestrichelten Linien. Das ist eine Lebenslinie. Und diese Lebenslinie repräsentiert die Lebensdauer, in diesem Fall eine Ausprägung eines Elements, also einer Instanz eines Objekts. Eine anonyme Instanz des Typs A. Und man kann sogar Erzeugung und Terminierung modellieren, also Konstruktor- und Destruktor-Calls zum Beispiel, indem man das hier oben macht. Das heißt, ein gestrichelter Pfeil, der auf sozusagen die Instanz selber zeigt, ist das Create, ist die Erzeugung. Da kann man zum Beispiel auch den Konstruktor-Call draufschreiben. Und ein dickes Kreuz unten ist die Terminierung. Und während dieser, also notationell in dieser Zeit hier, wo diese Lebenslinie existiert, ist das Objekt aktiv beteiligt oder kann das Potenzial aktiv sich beteiligen an Kommunikation. Erzeugung, gestrichelte Linie, offene Spitze zum Element selber. Terminierung ist beides auch optional. Oft sehen Sie solche Diagramme, wo einfach nicht drüber geredet wird, wie die Objekte ins Leben kommen und wie die terminiert werden. Also oft sind die einfach da und reden. Das wird nicht immer abgebildet. Insofern sind beide Dinge optional. Terminierung als dickes Kreuz über der Lebenslinie. Das Wichtige ist jetzt, dass diese Linien, diese Lebenslinie, definiert eine zeitliche Ordnung. Hatte ich eben schon angesprochen. Also wenn Sie hier sozusagen eine Nachricht losgehen lassen, also von diesem Punkt aus, und irgendwo anders trifft eine Nachricht ein, sagen wir an dieser Stelle, an diesem Punkt hier, dann ist, benenne die mal, 1 und 2, dann ist der Punkt 1 tritt früher auf als Punkt 2, weil er auf dieser Lebenslinie früher liegt. Das ist die zeitliche Ordnung, die dadurch etabliert wird. Das ist, wie gesagt, relativ wichtig. Diese zeitliche Ordnung ist so ein Key-Feature von diesem Diagramm. Sie können für die Instanzen natürlich Stereotypen verwenden. Ich habe schon gesagt, hier so ein User, Klaus, der kann da durchaus auch vorkommen. Oder wenn Sie sagen, ich rede in einer Datenbank, malen Sie eine Datenbank ran. Erinnern Sie sich, bei Anwendungsfalldiagrammen hatten wir es auch schon. Stereotypen, also auch grafische Ausprägung für Stereotypen. Also ein Stereotyp muss erstmal nicht grafisch sein, sondern der wird so in diese Möfchen geschrieben und dann hat er Stereotyp. Grafische Ausprägungen machen das eben noch ein bisschen leichter zu lesen. Das Nächste, worum wir uns kümmern, sind Aktivitätsbalken. Aktivitätsbalken sind letztendlich Rechtecke. Diese Dinger hier. Entschuldigung. Das wäre ja nicht sehr gelungen, wenn wir mal probieren. So. Ein Rechteck, was auf der Lebenslinie draufliegt. Es bedeckt die Lebenslinie. Und dieses Rechteck sagt, dass die Instanz, zu der die Lebenslinie gehört, an dieser Stelle, inzwischen diesen Zeitpunkten, wo es anfängt und endet, aktiv an einer Interaktion beteiligt ist. Also Sie können sich so vorstellen, diese Ausprägung hat einen Kontrollfluss und macht was. Irgendwie ist sie im Callstack vorhanden. Vielleicht ist das am besten. Also sie macht jedenfalls was, sie hat was, sie liegt nicht nur im Speicher und wartet darauf, dass sie gecored wird, sondern aktiv ist da gerade irgendeine Methode am Machen. Und Sie können tatsächlich auch einen Selbstaufruf darstellen. Das wird dann auf der rechten Seite hierüber gemacht. Also man kann sozusagen einen Aufruf auf sich selber darstellen. Rekursion geht damit auch. Muss man nicht. Ist so eine Sache. Kann man tun, wenn man an der Stelle wirklich mal zeigen will, hm, und hier ist noch ein zweiter Aufruf wichtig. Eigentlich geschieht die Arbeit in diesem anderen Call. Wichtig ist jetzt, dass auch von diesen Aktivitätsbalken wieder Nachrichten weggehen und Nachrichten ankommen und dass das sozusagen der Zeitpunkt ist, wo man weiß, das Objekt hat was zu tun. Jetzt ist die Frage, also Aktivitätsbalken erstmal muss man nicht zeichnen. Auch die sind optional. Hier zum Beispiel in dem Diagramm, was Sie hier sehen, habe ich sie nicht gezeichnet, habe ich sie weggelassen. Ich würde Sie erstmal darum bitten, Aktivitätsbalken zu zeichnen, wenn Sie das machen, einfach um zu üben, dass Sie die benutzen können. Ansonsten, manchmal ist es nicht wichtig, ob ein Objekt gerade beteiligt ist oder nicht. Manchmal ist es sehr wichtig, wenn Sie zum Beispiel über Threads, Multithreading reden. Da möchten Sie definitiv wissen, wann ist was aktiv. Aber wenn man einfach nur über die Reihenfolge von Nachrichten redet, dann sind die Aktivitätsbalken unnötig. Insofern kann man sie auch weglassen. Wurde wie gesagt, machen Sie das erstmal bitte nicht. Aber in diesem Fall hier habe ich es einfach mal getan. Man kann es tun. Nachrichten an sich, das sind hier diese Pfeile, das sind Nachrichten. Übertragen Informationen zwischen diesen Elementausprägungen, also zwischen Instanzen beispielsweise. Das sind Pfeile, es gibt zwei verschiedene Arten, je nachdem, ob es eine sogenannte asynchrone oder eine synchrone Nachricht ist. Kommen wir gleich dazu. Und diese Nachrichten können Daten übertragen, Informationen. Sie können Parameter haben. Wie gesagt, ein Aufruf einer Methode wäre genauso eine Nachricht und könnte natürlich Parameter haben. Denn Methodenaufrufe können Parameter haben. Sie können nicht nur Nachrichten in dem Diagramm verschicken, sondern Sie können auch mit Objekten oder allen Connectable Elements außerhalb eines Diagramms kommunizieren. Da sagt man dann einfach, und hier werden folgende Nachrichten geschickt, ich sage aber, ich zeige euch aber nicht, wo die hingehen. Das ist manchmal ganz, ganz sinnvoll, um Diagramme zu trennen. Sonst kann man, wenn man alle Nachrichtenteilnehmer abbilden will, dann werden diese Diagramme sehr schnell sehr groß. Es ist eh so, die wachsen sehr schnell horizontal. Also am Anfang wachsen sie horizontal, diese Diagramme, weil man immer mehr von diesen Elements dazusetzt. Und irgendwann wachsen sie dann total stark vertikal, also nach unten, weil man diesen gesamten Ablauf von Messages abbildet. Der Trick hier ist, das in Einzelteile zu zerlegen und dann diese Diagramme in Relation zu setzen. Und das kann man zum Beispiel tun, indem man einfach nicht zeigt, wo eine Nachricht hingeht. Dann sagen sie, hm, ich habe jetzt hier ein Protokoll, das besteht aus, ich weiß nicht, einem Handshake und einer Datenübertragung und einer Abmeldung zum Beispiel. Und dann hat man drei Diagramme. Sagt man hier ein Handshake-Diagramm, hier ist das Datenübertragungsdiagramm und hier die Abmeldung. Und dann macht man vielleicht ein viertes Diagramm, was zeigt, wie diese drei Diagramme zusammenspielen. Zeige ich Ihnen später noch, wie das geht. Es geht über sogenannte Referenzen, über sogenannte Combined-Fragment-Referenzen. Gut, ich war dabei, Nachrichten außerhalb eines Diagramms zu senden. Das geht. Man kann sagen, man kann sowohl ausdrücken, ich sende jetzt eine Nachricht und sage nicht, wo sie hingeht. Man kann auch sagen, ich empfange eine Nachricht und verrate nicht, wo sie herkommt. Das eine heißt verlorene Nachricht und ist hier gezeigt. Das ist das Senden und ich sage nicht, wo es hingeht. Und das, ich empfange eine Nachricht und sage nicht, wo sie herkommt, nennt sich gefundene Nachricht und ist hier gezeigt. Sieht so ein bisschen aus wie, kriegen wir ja nächstes Mal erst, wie bei Zustandsdiagrammen der Initialzustand. Also ist irgend so ein schwarzer Böppel, sage ich mal, so eine Kugel. Und da drach davon geht ein Pfeil aus, der auf der Lebenslinie von irgendwas endet. Und damit trifft an dieser Stelle eine Nachricht ein aus dem schwarzen Loch. Irgendwo her, wir wissen es nicht. Und die verlorene Nachricht, ähnlich eben zu diesem Zeitpunkt, der hier gezeigt ist, wird die Nachricht Q gesendet und ich verrate nicht, wohin. Also das ist die Möglichkeit, gefundene und verlorene Nachrichten auszudrücken, ohne dass sie eben zeigen müssen, wer ist Empfänger oder wer ist Interaktionspartner. Ganz kurz dazu, was in UML Nachrichten sind. Das ist ein Ausschnitt aus der UML Speck. Die UML wird durch die UML beschrieben und als solches benutzt sie UML. Das heißt, Sie sehen hier Klassen und eine Vererbungs-Hierarchie und hier unten sehen Sie tatsächlich dann auch eine Assoziation, eine gerichtete. Und man sieht, dass ganz, ganz oben im Baum steht diese Event-Klasse. Das heißt, alles in der UML ist ein Event. Alle Nachrichten übertragen. Und dann gibt es Message-Events. Und das ist das, worüber wir reden. Nachrichten. Also Events, die zwischen Dingen ausgetauscht werden. Es gibt auch sogenannte Change-Events, sollen uns gar nicht groß interessieren. Ich sage Ihnen natürlich trotzdem, was es ist. Die UML hat einen Mechanismus, wenn sich Modelle ändern, dass sozusagen die Tools darüber informiert werden. Und dann werden sogenannte Change-Events geworfen oder werden gesendet. Und dann kann irgendetwas, was mit diesem Modell umgeht, weiß Bescheid, dass Teile des Modells sich geändert haben. Das ist auch in der UML selber modelliert. Ganz wild. So, Message-Event gibt es in drei Geschmacksrichtungen. Any-Receive-Event. So ein typisches Any-Event. Weiß nicht, ob Sie das mal gesehen haben. Das ist normalerweise ein Any-Event, die Verundung aller Event-Typen oder aller Typen. Der Any-Typ ist, in C++ wäre das eine Union oder ein C von allen bekannten Typen. Das heißt, es ist der Typ, der alles sein kann. Der Any-Typ. Und das ist eben der Any-Typ für Receive-Events, für ich habe irgendwas am Anfang. Weiß nicht genau, warum die UML das braucht, aber hat es definiert. Dann gibt es die Signal-Events. Die kennen ein Signal. Okay. Heißt erst mal, es gibt das Event. Und das Event bezieht sich auf ein Signal. Diese Trennung macht Sinn. Und so macht das die UML oft. Das sieht jetzt erst mal kompliziert aus. Warum ist das nicht nur ein Ding Signal oder so? Das Signal-Event sagt, an dieser Stelle tritt das Signal auf. Und dann sagt es, und das ist dieses Signal. SIG-Kill zum Beispiel. Und da dieses Signal aber zehnmal auftreten kann, trennt man das Auftreten an sich, das Event, das Signal-Event, das gibt es dann zehnmal, trennt man von dem Signal, weil es immer das gleiche Signal ist. Und ähnlich eben auch beim Call-Event, das sehen Sie hier ganz rechts, das ist das, was wir eigentlich meistens benutzen. Das ist ein Aufruf einer Methode. Und die Methode hier, die finden Sie als Assoziation zu einer Operation. Ist auch klar, die Operation ist irgendwo auf einer Klasse definiert. Und Sie können natürlich ein Sequenzdiagramm zeigen, wo diese Operation zweimal hintereinander gecallt wird. Das heißt, Sie hatten zweimal ein Call-Event, ein verschiedenes Call-Event, weil das eine ist zum Zeitpunkt eins, das andere zum Zeitpunkt zwei. Beide callen aber die gleiche Operation. Vielleicht mit verschiedenen Parametern. Okay. Also, diese Trennung ist in der UML eben vorgesehen. Vielleicht noch kurz was zu signalen, weil wir die eben mal erwähnt haben. Grundsätzlich ist es möglich, Signale eben in der UML festzulegen, indem Sie ein weiteres Abteil, so ein Compartment einbauen in Ihre Klasse, wo Sie die Signale reinschreiben. Hatte ich Ihnen auch als Beispiel schon gezeigt. Dann benehmen Sie auch dieses Signal-Stereotyp. Alternativ können Sie mir auch ein Signalparameter modellieren. Das heißt, Sie machen dann hier eine Methode und übergeben einen einzigen Parameter, der das Signal ist. Und dann ist der Aufruf der Methode, ist dieses Signal. Oder Sie können sogar das Signal weglassen, die Methode parameterlos machen und die Methode Stereotypen mit Signal. Dann weiß ich, das ist der Händler für das Signal. Wenn Sie das machen können, machen Sie die obere Variante. Aber manche Tools lassen es halt nicht zu. Deshalb zeige ich Ihnen, wie man das so behelfsmäßig machen kann. Menschen verstehen das schon. Wenn Sie Code draus generieren wollen, anderes Problem. Aber prinzipiell, das ist schon klar, was es sein soll, wenn Sie sowas in einem Diagramm machen. Jetzt zu diesen verschiedenen Aufrufarten. Ich habe ja schon gesagt, es gibt asynchrone Aufrufe. Das ist das, was Sie ganz oben sehen. Diese Variante ist der asynchrone Aufruf. Das hat eine offene Feilspitze. Und das müssen Sie schlichtweg wieder lernen. Es gibt offene und gefüllte Feilspitzen. Asynchron heißt, dass die Nachricht wird gesendet und der Aufrufer bleibt aktiv. Das ist kein Methodenaufruf. Methodenaufruf, da ist es immer so, dass der Aufrufer warten muss, bis Return kommt. Überlegen Sie mal, Sie sind selber in einer Methode, rufen eine andere Methode auf. Dann drehen Sie so lange Däumchen, bis die andere Methode fertig ist und mit Return zu Ihnen zurückkommt. Ja, Sie können ja nicht den Call-Stack brutal verlassen. Mit einer Exception geht das. Aber grundsätzlich, Sie warten auf das Ergebnis. So ist das Programmierparadigma schlichtweg. Und asynchron ist, Sie rufen was auf und sofort führt dann die nächste Anweisung aus. Da denken Sie vielleicht erst mal, was ist denn, gibt es denn das überhaupt? Natürlich gibt es das. Wenn Sie zum Beispiel verteilte Systeme haben und ein UDP-Datagramm senden, dann gehen Sie zum Socket hin und sagen, ich habe hier Daten, bitte macht das mal als Information irgendwo anders hin. Und dann wird das auf den NIC, also den Network Interface Controller, Ihre Netzwerkkarte kopiert, landet in einem Buffer und dann irgendwann wird das aus diesem Buffer rausgeschrieben und über ein Draht gesendet. Und dann wird es über tausend Drähte gesendet, bis es irgendwo wieder ankommt und da wird es wieder ausgewertet und da sagt jemand, hey, ich habe ein UDP-Datagramm empfangen. Und während dieser ganze Vorgangquintation über die Drähte übertragen stattfindet, macht Ihr Code schon weiter. Ja, UDP ist nicht synchron. Sie senden das und sofort, nachdem Sie sozusagen, nachdem Ihr UDP-Datagramm in den Buffer der Netzwerkkarte kopiert wurde, also übers Betriebssystem und so, nachdem das erfolgt ist, ist Ihr Code wieder dran. Da returnt das und dann, das verstehen wir hinter Asynchron. Das heißt, es ist kein asynchroner Methodenaufruf. Auch sowas gibt es. Es gibt Sprachen, die können das, die erlauben das. Aber es ist prinzipiell irgendeine Form von, ich gebe das jetzt hier mal ab und dann passiert das parallel. Also, ein asynchroner Aufruf. Auch beispielsweise, wenn Sie ein Signal machen, ist es asynchron. Wenn Sie selber ein Signal auslösen, ist es asynchron, weil das Betriebssystem sich darum kümmert, die Händler zu callen. Das geschieht nicht in Ihrem, in Ihrem Kontrollfluss sozusagen. Das heißt, Ihr Kontrollfluss geht weiter, ein anderer kümmert sich dann um den asynchronen Aufruf. So, solche Nachrichten, wenn Sie die darstellen, haben eine offene Falschspitze. Asynchron. Und das heißt eben, an dem Zeitpunkt hier, wo er das sendet, direkt nachdem die Nachricht gesendet wurde, macht er hier weiter. Anders bei synchron. Synchron ist die geschlossene Falschspitze und da muss die Seite so lange warten, sie bleibt aktiv, also der Aktivitätsbalken bleibt da, bis die andere Seite fertig ist und zurückkommt mit Return. Und Return ist eben der Rückgabewert, da können Sie auch tatsächlich Werte mitschicken und das ist ein gestrichelter Pfeil mit einer offenen Spitze. Okay, das heißt, haben wir hier, da kommt das Synchrone, kommt hier rüber und die Antwort und dann wartet das hier, das heißt, hier bleibt stehen und dann kommt die Antwort und hier geht es weiter. Ups, Entschuldigung. Also, kann die Instanz von Typ Groß A in diesem Bereich sozusagen zeitlich nichts tun, bis die Antwort da ist? Passiert dann nichts. Insbesondere kann sie keine weiteren Nachrichten schicken. Das ist einer der Kardinalfehler, die ich immer wieder sehe. Irgendjemand macht einen synchronen Aufruf und direkt danach einen zweiten. Und denken Sie kurz nach, das geht nicht. Wenn Sie eine Methode aufrufen, während diese Methode läuft, können Sie nicht noch eine Methode aufrufen. Keine Chance. Geht, wenn Sie mit Threads arbeiten und das zeige ich Ihnen, wie Sie das darstellen, das kann man natürlich darstellen, aber geht nicht mit einem einzigen Kontrollen los. Letzte Sache, die ich bisher verschwiegen habe, das sehen Sie schon, diese Pfeile hier, die sind plötzlich schräg. Und das ist total erlaubt. Und das zeigt, wenn Sie sie schräg, normalerweise sind die immer waagerecht. Alle Leute zeichnen die waagerecht. Aber Sie können sie schräg zeichnen. Und das bedeutet, dass zwischen diesem Zeitpunkt und diesem Zeitpunkt, also sozusagen, das war dieses Stück hier und dieses Stück hier, dass das Zeit ist, die läuft, während die Nachricht über den Draht wandert. Also ich sage jetzt Draht, ich meine über das Transportmedium, was auch immer es ist. Sie können Sequenzdiagramme absolut dazu benutzen, Gespräche unter Menschen darzustellen. Dann ist es die Zeit, bis die Nachricht vom Sender zum Empfänger kommt und da auch im Gehirn angekommen ist. Also das zeigt, wenn man die so schräg stellt, zeigt das eben, dass die Nachricht eine gewisse Weile braucht. Und Diagramme machen das, weil es manchmal notwendig ist, darüber zu reden, wie diese Timingverhältnisse sind. Also wenn Sie darüber reden, zum Beispiel Fehlerfälle in Netzwerken, was ist, wenn zwei Pakete verschieden geroutet werden im Internet und das spätere Paket vor dem früheren Paket ankommt. Das kann im Internet passieren. zwei Pakete aus einem Datenstrom können schlichtweg andere Wege nehmen und in vertauschte Reihenfolge ankommen. Das ist möglich. Und das muss man darstellen können. Und das können Sie hier zum Beispiel. Das heißt, da ist die eine Nachricht horizontal und die andere wird zwar früher gesendet, kommt aber später an. Sehen Sie hier, wird früher gesendet, kommt später an. Und das ist absolut drin, das können Sie mit diesem Diagramm zeigen, weil es reale Situationen gibt, die man behandeln will und die man darstellen möchte grafisch. Und das kann man, indem man diese Pfeile kippt. Wie gesagt, gerade bei Software, wenn Sie jetzt nicht wirklich das Timing von Kommunikation darstellen wollen, das ist ganz selten der Fall bei Software, dann sind die eigentlich immer waagerecht. Kommen wir zum kompliziertesten Feature von Sequenzdiagrammen. Das sind die sogenannten Combined Fragments oder kombinierte Fragmente. Und die stellen eine Modularisierungsmöglichkeit dar. Sie können letztendlich sich sparen, mehrere Diagramme zu zeichnen, indem Sie Alternativen beispielsweise in ein Diagramm zeichnen. Hier zum Beispiel sehen Sie so eine Alternative. Also erst mal syntaktisch, notationell, wie muss ich es machen? Das kombinierte Fragment besteht aus so einem Kasten hier. Das ist das kombinierte Fragment. Und in diesem kombinierten Fragment gibt es den Interaktionsoperator, in diesem Fall Alt, Alternative. Und dann gibt es die sogenannten Interaktionsoperanden. Das ist dieses Kästchen, getrennt durch einen gestrichelten Strich. Und dieses Kästchen, das sind Alternativen in diesem kombinierten Fragment. Das heißt, es findet entweder der obere Teil statt, also es findet entweder Dister statt, oder es findet Dister statt. Das ist also ein If, Then, Else. Das ist das Prinzip. Das ist die Alternative. Und wer legt fest, was stattfindet? Da gibt es hier so eine Bedingung. Und diese Bedingung gibt dafür, wenn die True ist, wird sozusagen das obere ausgeführt. Und dann können Sie hier ein Else reinschreiben, oder Sie könnten noch eine Bedingung reinschreiben. Und dann können Sie auch noch einen Interaktionsoperanden machen, dann haben Sie einen Switch. Also mit Else können Sie aber sagen, alle anderen Fälle werden erschlagen. Sie könnten auch verschiedene Bedingungen da reinschreiben. Also, es darf immer nur eine Bedingung davon zutreffen, für einen so einen Interaktionsoperand, und der findet dann statt. Also in diesem Fall reden hier miteinander eine anonyme Instanz des Typs Groß A und eine anonyme Instanz des Typs Groß B. Und das ist so, dass das A-Objekt sozusagen auf dem B-Objekt eine Methode aufruft. Und das ist abhängig davon, ob der Kontostand größer 0 ist. Wenn er größer 0 ist, wird diese akzeptiert-Methode aufgerufen. Wenn er nicht größer 0 ist, wird diese abgelehnt-Methode aufgerufen. Das ist das Beispiel hier. Ich glaube nachvollziehbar. Es geschieht eben nur einer von diesen Interaktionsoperanden bei der Alternative. Es gibt jetzt jede Menge andere Möglichkeiten. Was für Interaktionsoperatoren haben wir denn noch? Eine Menge. Ich erzähle jetzt erstmal die, die ich für wichtig erachte. Für wichtig erachte, heißt, die sollten Sie können. Oder auch kennen. Alt halte ich für wichtig. Ist eine Alternative. Wie eben gezeigt. If, Then oder Switch oder so. Das ist dadurch abbildbar. Assert ist eine Zusicherung. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass das hier so passiert. Nett, aber interessiert mich nicht so ganz dolle. Break interessiert mich auch nicht so ganz dolle. Ist prinzipiell, stellen Sie eine Situation dar, wo irgendwas aufhört. Sie sagen, wenn das passiert, dann ist Schluss. Consider, da weisen Sie darauf hin, dass jetzt wichtige Nachrichten kommen. Das ist wie ein Textmarker. Da machen Sie einfach einen Block drum, da steht Consider. Das heißt, hey, ich gucke hier. Da, wichtig. Dann gibt es Critical. Das ist ein kritischer Bereich. Das heißt, hier darf nichts anderes passieren. Das passiert. Das ist unabbrechbar oder ununterbrechbar. Es gibt Ignore. Die sind alle für mich nicht spannend. Bisher war es nur alt. Ignore sind irrelevante Nachrichten. Man zeigt einfach, jetzt kommen hier Nachrichten und ist doch egal, darum geht es hier gar nicht. Das ist also wie Consider. Das ist so ein Hinweis für die Leserschaft von den Diagrammen, auf was Sie achten müssen bei dem Diagramm. Und das ist sinnvoll, weil diese Dinger werden groß. Unter Umständen haben Sie wirklich also so ein Basis-Stations-Handshake. Also wenn sich Ihr Handy an so einer Basis-Station anmeldet, das ist zum Beispiel schon sehr komplex. Da werden, ich weiß nicht, 20, 30 Nachrichten ausgetauscht und alle diese beteiligten Elemente heißen irgendwie komplizierte Abkürzung und die Nachrichten heißen irgendwie kompliziert und da ist es ganz gut, wenn man sagt, guck mal, auf diese drei Nachrichten kommt es an und nicht auf den Rest, der hier steht. Also, Consider und Ignore. Jetzt kommen wir über was Spannendes, Loop. So Kontrollflussanweisungen, immer gut. Loop loopt so lange, wie die Bedingung wahr ist, die Sie dann oben in diesen eckigen Klammern reinschreiben können. Sieht aus wie ein einzelner Interaktionsoperant, der Interaktionsoperator ist Loop und in der Bedingung von dem Operant steht dann, wie oft das ausgeführt werden soll. Dann können Sie Fehler oder ungültige Operationen darstellen. Das heißt, Sie können neck hinschreiben und sagen, das geht nicht. Das machen Sie, weil Sie auch solche Fälle in Diagrammen zeigen wollen. Sie wollen ein Diagramm explizit zeigen können, ja, das ist nicht. Das dürfen Sie niemals machen. Also, das macht neck. Opt ist wie ein Alt mit einer leeren Alternative. Das sagt halt, kann passieren oder nicht. finde ich okay, also finde ich relativ, ja, schon so halbwegs wichtig, aber nicht so ganz wichtig, weil wir haben ja Alt und Opt ist ja nur ein Convenience Alt, sage ich mal. Dagegen, das hier, das wäre spannend. Paar, die Nebenläufigkeit. Da kann Sie sagen, und diese Operanten passieren jetzt alle parallel. Das heißt, sie werden alle ausgeführt und alle gleichzeitig. Also, oder Sie wissen nicht, in welcher Reihenfolge zumindest. Das heißt, nebenläufige Teile einer Interaktion erfassen Sie jetzt so. Sie erfassen Sie mit einem kombinierten Fragment. Das ist übrigens in UML1 anders. Also, wenn Sie plötzlich so sehen, dass sich die, der, diese Lebenslinie, wenn die plötzlich bei Ihnen so wie Schienen auseinander geht, eine zweite Gleise entstehen. Das ist UML1-Variante von Parallelität. Machen wir hier aber nicht, wir benutzen Paar. Dann gibt es Ref, finde ich auch wichtig. Das ist eine Referenz. Das heißt, die Interaktion, die hier stattfindet, das schreiben Sie einfach über so ein paar Lebenslinien rüber, Ref und dann steht da ein Name. Das finden Sie in dem Diagramm, wo der Name hier steht. Okay? Mein Beispiel vorher von, es gibt dieses, weiß ich, Handshake, Datenübertragung und Abbruch oder so habe ich es genannt. Also, drei verschiedene Diagramme, die miteinander spielen. Können Sie ein viertes Diagramm machen und sagen, Ref, Handshake und dann passiert irgendwas und dann Ref, Datenübertragung und dann passiert irgendwas und dann sagen Sie Ref, Abbruch. Und dann sagen Sie, ich habe Ihnen jetzt mal das generelle Szenario dargestellt, aber diese einzelnen kleinen Szenarien, die finden Sie als Referenz unter diesem Namen. Das ist also einfach eine Möglichkeit, Diagramme auch zu strukturieren, auseinanderzuziehen und zu sagen, geht jetzt aber hier weiter. Könnten Sie auch mit einfach verlorenen, gefundenen Nachrichten machen, aber dann steht nicht so schön da, welches Diagramm das jetzt ist, auf welches man achten sollte. So haben Sie das schön und können gleich, wenn es verlinkt ist zum Beispiel in der Doku, können Sie gleich klicken und hinspringen. Und dann gibt es noch Sack und Strickt und das bezieht sich darauf, dass die Reihenfolge soll entweder lose sein oder streng. Das heißt, normalerweise sind Lebenslinien untereinander, wenn Sie mehrere Lebenslinien nebeneinander haben, dann sind die zwar alle in sich geordnet, also früher ist früher, später ist später, aber nicht, man hat keinen Zusammenhang über alle Lebenslinien. Und mit Strickt sagen Sie, es gibt quasi eine globale Uhr. Ehrlich gesagt, das Sack, das weiß ich nicht so richtig ganz, diese lose Ordnung ist ja eigentlich eh definiert von einer Lebenslinie. Ich weiß nicht genau, was das soll. Also wie gesagt, Sie sollten kennen Alt, Loop, Paar, Ref. Alt, Loop und Paar, weil es Kontrollflusssteuernde Anweisungen sind, die ich wichtig finde, wenn Sie das als Programm umsetzen wollen. Und Ref ist die Referenz. Die anderen Sachen sind eher so, wenn man große Diagramme schreiben will, dass sie einem bei der Verwaltung helfen. Es ist gut, wenn Sie die kennen, aber ich erwarte jetzt nicht, dass Sie die ganz dollen Übungsaufgaben einsetzen oder so. Was ich Ihnen noch zeigen möchte, aber ebenfalls nicht erwarte, dass Sie damit umgehen können. Sie sollen es auch nicht lesen können. Sie sollen einfach nur wissen, dass es das gibt. Sind Time Constraints. Sogenannte Zeiteinschränkungen. Und hier habe ich ein Bild aus der UML-Spec, das ist ja 2.4.1, stört uns jetzt nicht. Wir sind ja bei 2.5. Hier ist das trotzdem mal gezeigt. Und zwar kann man mit, kann man Zeiten ranschreiben und Zeitpunkte ranschreiben. Man kann auch ranschreiben, wie lange Dinge dauern sollten. Ich habe schon gesagt, dass wenn man zum Beispiel physische Protokolle, also Protokolle, wie tatsächlich Nachrichten per Radio übertragen werden, also über Funk übertragen werden, da ist es schon wichtig, wie schnell das geht. Weil sie zum Beispiel mit Timeouts arbeiten und mit Retransmissions, mit Fenstern, die sich anpassen aufgrund eintreffender Nachrichten und so. Also da ist Timing ein ganz, ganz kritischer Faktor. Wenn Sie mal verteilte Systeme hören, wissen Sie das. Und da ist es so, dass man das halt, das Diagramm bietet, die Möglichkeit, dass man es ranschreibt. Ich habe es ehrlich gesagt, nee, selten gesehen. Ich habe es schon gesehen, aber man sieht es sehr selten, weil in einer reinen Softwareentwicklung haben sie das wirklich kaum. Aber hier habe ich es mal mitgebracht. Was kann man so machen? Man kann zum Beispiel an dieser Stelle, kann man mal einfach die Dauer, die so eine Nachricht nimmt, wie lange die überträgt, die kann man sich merken. In diesem Fall bei der Variable d. Und dann kann man die sozusagen weiter benutzen, um sozusagen festzulegen, hier zwischen darf maximal im Bereich von 1 bis 3d kommen. Also bis 3 mal d. Es darf maximal 3 mal so lange irgendwie meine Transmission dauern, bis ich dieses Cardout, diese Nachricht wiederkriege. Ich glaube tatsächlich, das hier ist ebenfalls sowas. Da darf die Dauer nur so und so lang sein, was jetzt auch immer 13 ist. Ich kenne die Einheit nicht. Das ist eine spannende Frage. Sekunden, Millisekunden, weiß nicht, was die Uhrmelder sagt. Ich glaube, die legt sich gar nicht mal fest. Aber man kann genauso sagen, das darf nur so und so lange dauern. Genauso wie sie hier auch direkt die Zeit, also nicht eine Dauer, sondern eine Zeit festschreiben kann. Auf die Variable t wird zum Beispiel der jetzige Zeitpunkt festgelegt. Und hier wird gesagt, dass eben der Zeitpunkt, das darf maximal t plus 3, also zum Beispiel drei Sekunden später könnte das heißen, darf diese Nachricht eintreffen. Wie gesagt, müssen sie nicht können. Sie sollen nur wissen, man kann diese Timing Constraints in die Diagramme reinziehen, wenn sie es mal brauchen. Alles nochmal bitte an einem Beispiel, damit wir das rekapitulieren können. Hier sehen Sie so ziemlich alles, was wir benutzt haben. Also wir sehen sogar noch ein bisschen mehr, aber prinzipiell. Wir sehen Instanzen, zum Beispiel das Window oder dieses Comments, leider nicht unterstrichen. Wir sehen die Lebenslinien, die gestrichelten Linien, die von den Instanzen abgehen. Wir sehen Aktivitätsbalken, die grauen Balken, von denen da treffen Nachrichten drauf ein. Und Nachrichten gibt es in zwei Geschmacksrichtungen. Einmal die die Synchron und einmal die Asynchron. Und es gibt Return Nachrichten. Das waren Diesel gestrichelt. Und Return Nachrichten, die können natürlich nur von Synchron Nachrichten ausgehen. Es ist ja Charakteristik einer Asynchron Nachricht, dass sie keinen Return hat. Wenn Sie allerdings so ein Hin und Her, so ein Ping und Pong bauen wollen, also Sie kriegen Bescheid von irgendjemand anders und wollen jetzt dem Empfänger wieder Bescheid sagen, das läuft asynchron. Können Sie das mit einer weiteren asynchronen Nachricht natürlich machen. Das heißt, Sie nehmen den Return Wert quasi als eine eigene asynchrone Nachricht, können aber nicht dieses Return hier verwenden, dieser gestrichelte Strich. Das können Sie nicht machen, sondern Sie müssen halt so eine Ping und eine Pong Nachricht nehmen oder Puh und Bar oder wie auch immer Ihre Nachricht heißt. Was sehen wir hier noch? Wir sehen das Create und das Terminate. Hier Create und Terminate. Also das Erzeugen einer Instanz und das Terminieren einer Instanz. Wir sehen Stereotypen ganz rechts oben, dieser Surflat Stereotyp. Wir sehen kombinierte Fragmente. In diesem Fall ein Ref-Fragment. Das heißt, hier kommt das Diagramm Handle Errors und das muss mindestens ebenfalls die Instanz von Window und die Instanz von Comments drin haben, weil diese Lebenslinien überstrichen sind von diesem Handle Errors. An dieser Stelle hier ist die Lebenslinie und hier ist die Lebenslinie. Das heißt, die müssen in diesem Diagramm drin sein, sonst macht es keinen Sinn, das so zu zeichnen. Dann haben wir verlorene und gefundene Nachrichten in einer leicht anderen Variante, wie es gezeichnet ist. Und zwar sehen Sie hier. Gefundene Nachricht, verlorene Nachricht. Oder was heißt verlorene Nachricht? Das ist ein Return. Erstmal ist ein Return auf den Aufruf. Dann sind aber auch so Sachen drin, die sind schon wild, finde ich persönlich. Ich wüsste zum Beispiel nicht, also das behaupte ich mal, ist sogar ein Fehler in diesem Beispiel. Gucken Sie sich das mal an. Also, hier gibt es einen Asynchronen Aufruf. Das ist okay. Dann gibt es hier einen Synchronen Aufruf. Und das Return von diesem Synchronen Aufruf verlässt das Diagramm. Wie kann ein Return von einer Methode irgendwo anders hinspringen, als zu der Stelle, von der es ausgegangen ist? Meine, Sie sind in einer Methode, Sie rufen eine andere Methode auf. Das Return der anderen Methode gibt immer zu Ihnen zurück. Es geht ja nicht plötzlich zum Main zurück. Einzige Chance wäre Exceptions, aber das ist hier nicht gemein. Ich glaube tatsächlich, also meiner Meinung nach, müsste dieser Call tatsächlich hierhin zurückgehen. Und hier, das müsste verlängert werden. Also machen Sie das mal nicht. Also was das soll, weiß ich nicht so richtig. Ansonsten würde ich behaupten, dass es schlichtweg dieses, was Sie Gate genannt haben hier, ist eine andere Notation für verlorene und gefundene Nachrichten, weil man ja wirklich nicht weiß, wo das hingeht. Man kann ja sozusagen sagen, das ist jemand, der dieses Szenario aufruft und dann, der Sub-Name hat nicht gezeigt. Und dann geht der Call dann wieder zurück. Noch irgendwas? Stereotypen? Timing Constraints. Duration. Es gab Timing, Duration, also Dauer und konkrete Zeitpunkte als Constraint. Noch irgendwas? Ne. Ich glaube, das war's. Ja, das ist so ungefähr, was Sie haben. Als Beispiel. Gucken Sie sich das Cheat-Cheat an. Da würde ich Sie gerne noch mal dran erinnern. Im Moodle ist das verlinkt. Das sind ja so vier Seiten, würde ich mir immer ausdrucken. Und für die Übungsaufgaben beispielsweise, wo Sie einfach mal die Notation so kompakt zusammengefasst haben. Dürfen Sie da nicht mehr zur Klausur bringen. Ich möchte nämlich, dass Sie die Notation können und nicht nur ablesen können. Aber es übt doch sehr, wenn man kurz mal nachgucken will. Muss man nicht immer nachgucken, wie es eigentlich aussieht. Dann habe ich noch eine kleine Zusammenfassung für Sie und ein paar Angaben, wo Sie mehr Informationen finden. Starten wir damit. UML.org sollten Sie inzwischen kennen. Das ist die Webseite für UML. Da steht so unersetzlich zum Nachschlagen. Kommt drauf an, wenn Sie ein gutes Buch haben, wird Ihnen das auch helfen. Aber oft gibt es Fälle, wo man wirklich in die Spezifikation mal reingucken muss. Und das sollten Sie in diesem Kurs zumindest einmal gemacht haben. laden Sie sich mal die aktuelle Spezifikation. Gucken Sie da rein, damit Sie überhaupt eine Ahnung haben, worüber wir reden, wenn wir eigentlich UML sagen. Das ist nämlich diese Spezifikation. Opfern Sie die Viertelstunde mal, um in dieses dieses Mausel-Loch, wie heißt der? Jedenfalls, um tief in dieses Thema einzusteigen. Rabbit Hole. Down the Rabbit Hole. In Anlehnung an Alice im Wunderland. Ist auch ganz lehrreich, weil tatsächlich im Berufsalltag Sie mit solchen Sachen zu tun haben werden. Muss nicht UML sein, aber dass Sie irgendwann mal einen Standard auf dem Schreibtisch haben, den Sie kennen müssen, ist sehr wahrscheinlich. Und sich damit mal zu beschäftigen, das mildert den Schock. Okay, auf UML.org sind außerdem Tutorials, Artikel, Ressourcen zu finden, ist vielleicht ganz praktisch. Dann empfehle ich Ihnen immer UML Diagrams.org, halte ich für sehr gut, diese Webseite. Die sind meistens sehr korrekt, ist halt eine englische Erklärung zu allen verschiedenen Diagrammarten, vielleicht etwas weniger weitschweifig, als ich das gerne tue. Und dort hatte ich Ihnen Sequenzen direkt verlinkt, können Sie halt Sequenzdiagramme angucken, alle anderen Diagramme auch. Dann gibt es hier einen freien Editor für Sequenzdiagramme online. Da kann man einfach Text tippen und er macht daraus Sequenzdiagramme. Und man kann so ein bisschen wählen, in welchem Style er das machen soll und so. Websequencediagrams.com, wenn Sie jetzt nicht gerade MagicDoor anschmeißen wollen, um das zu tun, aber für die Abgaben. Also wenn Sie ein Sequenzdiagramm zeichnen sollen in der Abgabe, nehmen Sie MagicDoor bitte. Das ist schon die Bedingung. Aber das ist, wenn man jemand mal schnell ein Sequenzdiagramm schicken will, ist es praktisch, dieses Websequenzdiagramms. Ich würde gerne zusammenfassen. Wir haben über Sequenzdiagramme gesprochen, über Instanzen prinzipiell, über die Lebenslinien, die eben sagen, dass dieses Objekt so lange existiert, über Aktivitätsbalken, die sagen, dass es dann aktiv an einer Interaktion beteiligt ist, über Nachrichten. Da gab es synchrone und asynchrone Nachrichten. Synchrone Nachrichten haben immer einen Return-File. Man kann ihn optional weglassen, dann ist er trotzdem da. Ich zeige ihn bloß nicht. Ich würde Sie bitten, den jetzt immer da zu lassen, und damit Sie mir demonstrieren können, dass der in jedem Fall, dass Sie wissen, dass er da ist. Es gibt Signale, was ein spezieller Typ asynchroner Nachrichten ist. Und es gibt gefundene und verlorene Nachrichten, haben Sie sogar so eine notationelle Alternative gesehen, wo Sie sich sparen, darzustellen, woher die Nachricht kommt oder wohin sie geht. Dann gab es dieses etwas komplizierte Ding namens kombiniertes Fragment, wo Sie Sachen erst mal über das Diagramm zeigen können. Zum Beispiel können Sie so highlighten, dass ein bestimmter Nachrichten auch so wichtig ist oder unwichtig oder kritisch oder nicht erlaubt oder so. Aber Sie können noch sagen, dass es Schleifen gibt, dass es Fallunterscheidungen gibt, dass es eine Nebenläufigkeit gibt und Sie haben dieses Ref. Sie können sagen, und ich zeige jetzt erst mal nicht, wie es weitergeht, aber hier drüben in dem Diagramm, da sehen Sie das. Und als letztes hatte ich noch mich zu Zeiteinschränkungen, Timing Constraints und Duration Constraints etwas ausgelassen, also die Tatsache, dass Sie tatsächlich in den Diagrammen relativ feingranular annotieren können, wie das sich mit dem Timing verhält. Gut, wir sind am Ende und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.